Wieso hast du eigentlich immer diesen albernen Hut auf? Ich bin eben modebewusst, Dad. Setz sofort den Hut ab! Bart sieht ja aus wie ein Beatnik. Du musst sofort zum Friseur. Augenblicklich. Diesen Augenblick hab ich kommen sehen. Na, was hättest du denn gern? Nur die Haarspitzen etwas stutzen, Sir. Ist gebombt. Schon fertig. Wie gefällt's dir? Was zum Teufel haben sie mit meinem Kopf gemacht? Ich lass dir den Schnitt für 5 Dollar. Da hast du einen Lutscher. Ist denn der Junge noch nicht vom Friseur zurück? Ich hab ihn schon in seinem Zimmer Rumoren hören. Bart! Komm runter! Ich nehm's ja ab, aber ihr müsst mir versprechen, nicht zu lachen. Okay? Ich will euer Ehrenwort. Großes Ehrenwort! Geeks! Schöne! Achavat! Schöne! Achagu HHHHії! Untertitelung des ZDF für funk, 2017